Hallo zusammen, liebe Inscholder. Hallo zusammen, wir haben ein paar Neuigkeiten für euch. Und zwar mussten wir jetzt noch mal geschlossen bleiben auf Anweisungen der Bundesregierung hin. Wir sind auch tief enttäuscht darüber und dürfen leider noch nicht aufmachen im Dezember. Ja, mit der Novemberhilfe schaut es momentan auch etwas mau aus, müssen wir ehrlich sagen. Ja, wie die Astrid gesagt hat, wir wollen eigentlich gar kein Berufsverbot, wir wollen euch helfen. Wir wissen, dass es wieder mal notwendig ist. Es zeigt sich, dass genau das gleiche passiert wie im Frühjahr. Und die Novemberhilfe, wie gesagt, ist bis jetzt ausgeblieben. Alles, was bis jetzt zur Verfügung steht, ist ein Formular, was wir seit heute ausfüllen dürfen. Ja, von daher, wir bitten euch einfach, also wir werden im Dezember abbuchen. Aber, ganz wichtig, der Beitrag ist für euch nicht verloren. Wir haben da, wie die Bundesregierung vorschreibt, eine Gutscheinlösung, wenn wir wieder öffnen dürfen, die wir euch dann auch aushändigen können. Oder eben noch andere Möglichkeiten, dass euch eben nichts verloren geht in dieser Zeit des Lockdowns. Wir waren kreativ. Wir haben ein paar tolle Tipps auch von unseren Mitgliedern bekommen, was wir außer der Gutscheinlösung für euch noch anbieten können. Und das wollen wir auf jeden Fall tun, damit ihr sicher seid, es geht euch nichts verloren. Und das ist für uns das Wichtigste, dass ihr das von uns zu hören bekommt. Wir sorgen dafür einen Ausgleich. Wir freuen uns extremst, wenn wir wieder mit euch zusammenarbeiten dürfen. Auf jeden Fall. Und so lange haltet euch fit. Wir sind per Zoom immer da für euch. Wir haben 31 Stunden in der Woche, die wir von morgens und abends immer anbieten. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt an uns oder ruft uns an im Studio. Wir sind auch von 9 Uhr morgens bis abends da. Und auch am Wochenende haben wir natürlich verkürzte Öffnungszeiten. Im Shop-Bereich haben wir auch geöffnet. Da könnt ihr auch die Black Week Sonderangebote nutzen. Und die Lichttherapie ist auch geöffnet. Das heißt, ihr könnt auch ein bisschen Vitamin D tanken, das gut gegen Depressionen ist in der dunklen Jahreszeit. Nutzt es einfach. Wir freuen uns einfach über jeden, den wir sehen können in der Zeit. Und denkt bitte auch dran, weil einige von euch mit Rückenschmerzen momentan wieder oder anderen orthopädischen Problemen wieder belastet sind, dass ihr bei uns über den Reha-Sport könnt ihr bei uns dann euer Training weitermachen. Und wie das genau funktioniert, ruft uns doch an. Wir erklären euch das gerne. Genau. Bis dahin, haltet die Ohren steif, haltet euch fit, ernährt euch gesund, geht an die frische Luft und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Genau. Bis dann. Und noch einen kleinen Hinweis. Wir haben bei uns auf der Homepage auch das Bautagebuch. Wenn es euch interessiert, es ist spannend, es geht schnell vorwärts bei uns, dann schaut doch mal rein auf das Bautagebuch. Da findet ihr immer wieder tagesaktuell, alle drei Minuten circa, wie ihr das Bild verändert, findet ihr tagesaktuell die Fortschritte. Und wir machen auch für euch noch die ein oder andere Geschichte oder auch lustige Geschichte, die jetzt schon passiert ist, dort in das Bautagebuch mit rein. Bis dann. Tschüss. 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 fishes. ий